Auch im Billa.at Online-Shop. Billa, sagt mein Hauptsprecher an. Informationen und Details auf Billa.at. Unterseiten wir auf der Piste. Und hier! Nächsten Tag, das hier geht es bei euch. Diesen Samstag kommen wir mit dem Röhrleih-Pisten-Bunny nach Westenburg. Und danach geht's weiter auf die Tröhrlehrhöhe und auf die Tatlin. Der Röhrleih-Pisten-Bunny der Binti ist A.T. auf die Piste. Sconz, eine Wahnsinnsgeschichte. Wir bei Sconz wollen es uns nicht leisten, Schwäche zu zeigen. Sollte Differenzen verschleppt worden ist statt 100 Sekunden mit einem Interview mit Stefan Kappa in Abrede. Da gibt's kein Gegeneinander, sondern da gibt's auch ein Miteinander. Ich respektiere hier die Position des Bundeskanzlers, dass man hier auch noch zuwarten möchte auf die Ergebnisse des Untersuchungsausschusses. Es geht nicht auch darum, dass sie für eine neue, abrangige Type sind und die ÖVP, die Eurofighter, das Eurofighter-System-Teilbeergebung ist. Faktum ist, dass wir mit dem Eurofighter jetzt ein gutes Luftgerät auch haben, das zu 100 Prozent auch die Luftrauberwachen durchführen kann. Faktum ist, dass wir mit dem Eurofighter-System-Teilbeergebung sind.